Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Fernsehen. Ja, da kommt sie wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe schon einen. Dieses Jahr wird ja die Lindenstraße eingestellt. Das hat mich ganz schön überrascht. Sag mal, echt? Echt? Ja, also, dass es die überhaupt noch gibt. Oh, der ist schön. Ist schön. Aber ich habe auch noch einen, Dirk. Pass mal auf. Mein Fernseher läuft ja nicht den ganzen Tag. Der steht immer auf demselben Platz. Also, super. Ja, kurz und knackig. Oder wir machen es aktuell. Weißt du, wie die diesjährige Staffel von Bauersucht Frau ausgeht? Sag mal, nö. Nö. Mit der roten Taste oben rechts auf der Fernbedienung. Ja, 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 ja. Verstehe. Ja. Ausschalt. Knopf. Richtig guter Gag. Ja. Richtig gut. Ja. Dann schickt man den hoch. Und mach einen Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. innen Awg.